Das Gaswerk Augsburg. Es ist europaweit ein einzigartiges Industriedenkmal. Die Stadtwerke Augsburg entwickelte es zum Hotspot für Kunst und Kreativität. Staatstheater, Künstler, Bands und Festivals. Im Leuchtturm Ofenhaus ist auch das Restaurant von Tobias Emminger. Sehr gut angenommen. Die Leute finden es alle super schön natürlich. Die Location ist spektakulär. Neben dem Restaurant ist auch die Prechtbühne des Staatstheaters Augsburg im Ofenhaus beheimatet. Die Theatergäste können vor und nach der Vorstellung das kulinarische Angebot von Tobias Emminger genießen. Dieses altehrwürdige Gebäude, über 100 Jahre alt, ist natürlich schon spektakulär. Und dann auch noch mit diesem Design und dem Designpreis dafür hat man ja auch schon gewonnen. Wir versuchen jeden Tag das Beste auf den Tisch zu bringen und das ist ganz klar, worauf sich die Leute freuen können. Unsere Speisekarte ist relativ klein gehalten. Wir haben tatsächlich insgesamt nicht mehr wie 20 Gerichte. Ein paar Vorspeisen, ein paar Hauptgänge und eine kleine Dessertauswahl, um auch die Gäste immer wieder zu überraschen. Um vielleicht auch den ein oder anderen, der regelmäßiger kommt, immer wieder was anderes anzubieten. Die Gegensätze aus klassischer Bau- und industriellem Stil bieten ein Ambiente, in dem man einen gelungenen und stilvollen Abend in Augsburg verbringen kann. Herzlich Willkommen!